... Na, sie sind sich einig, aber Mario kann auch nicht... Achso, okay. Äh, nein. Ich bleib bei Pit. Oder Piet. Oh! Sollte ich nicht gegen! Sollte ich nicht gegen! Runter! Meine Güte! Oh! Ganz so einfach! Okay, Pit hat aber zwei Leben. Da ist nichts, da auch nichts, hier ist auch nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts, nein, auch nichts zum Aufheben, da ist auch nichts zum Aufheben. Ah, nur da ist was zum Aufheben. Falling down! So! Uh, uh, ha, ha, ha! Schnell weiter! Wow! Ich glaube, hier kommt jetzt ein bisschen was. Ja, der Hammer! Ich liebe ihn immer noch! Das wird sich auch nie ändern! Der ist so toll! Schnell weg hier! Haha! In die falsche Richtung geworfen! Yeah! Fox! Ich mag Fox! Ich mag Fox, ja! Stage Clear! Wir haben... Oh, bisschen was gekriegt! Zwei Sachen aus Zelda! Zylia-Schild! Zylia-Schild! Eugene Eule, okay! Da sind ein paar Spiele bei, die ich nicht kenne, aber hey, passt doch! Bin ja nun nicht grad die... Mario ist im Camp vorbeigetreten! Und Pit! Ja, wir speichern! Kann nicht schaden! Wunderbar! Nein, ich möchte nicht... Danke! Ich drück mal die falsche Taste! Ich bin an den Xbox-Controller gerade gewünscht, den ich immer zum Zocken am PC nutze! Ähm... Da! Ja, danke! Ich würd gern schick draussen machen! Das ist ein Tick schneller! So, wir sind auf dem Schiff gelandet! Das trifft sich doch mal gut! Hier gibt's doch gleich Kämpfe! Es gibt hier doch definitiv gleich... Was war das was? Okay! Oh! Das war... Und tschüss! Ja, auch sehr geil! Ich bleib bei Zelda! Ganz klein abgebildet! Ach, Mann! Und nein, ich spiel mit Gamecube-Controller im Übrigen, Leute! Hecht, da ist was hin! Ach! 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 Nein! Scheiße! Huah! Das Ding ist kaputt! Was bist du denn? Was bist du denn? Ah, noch Leben! Cool! Durchnehme ich mal mit! Vielleicht brauche ich dich irgendwo! Hier zum Beispiel! Hey! Es gibt... Geh weg! Huah! Das ist ja mal... Das ist ja mal... Ah, daraus hätte ich... Ah, okay! Gut, verstanden! Die Dinger sind dafür da, um Statuen herzustellen! Gut zu wissen! Ein Huhn! Geh put! Was zu essen! Ich bin hier nicht die Schnellste, aber es geht jetzt zum Glück nicht auf Zeit! Au! Nein! Huah! Ach, Scheiße! Wo komme ich wieder raus? Ih, jetzt muss ich echt Kirby nehmen? Das ist ja Scheiße! Ah ja, gut, was soll's! Kirby kann wenigstens nichts! Hm! Na ja, oder so! Yay! Hüpf! Da geht's ja runter! Oh! Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ach Gott! Leck mich! Da komm ich jetzt grad nicht hoch! Mami! Wieder groß! Boah! Das war's! Das war alles? Na ja! Für einen Stern hätte ich da ehrlich gesagt nicht hinter gemusst! So! Ey! Wo muss ich jetzt da lang? Ich muss echt hier unten lang! Ey! 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 Ich bin so! Ich krieg das auch! Au! Das hat weh! Das ist nur so ein bisschen! Willst du mal ein bisschen schneller machen? Muss ich vielleicht runter? Ach! Ich muss runter! Oh ja! Eis! Nehm ich! Ey! Aber ich komme auf die Platte gar nicht! Da! Meins! Wahaha! So einfach geht das! Ja! Ihr mich auch! Au! Oh! Hier bin ich noch nicht fertig! So! Ein Maxi Tomate! Ich geh hier mit 0-3 durch! Wahaha! So! Next Stage! Stage gemeistert! Ach! Das ist alles was ich bis jetzt bekommen habe oder hab ich die nochmal bekommen? Hm! Ok! Seh mal dann! Doppelt kann ja nicht schaden! Wir machen gleich weiter! Ich muss ja nicht nach jedem mal speichern! Oh! Viele Bananen! Ich weiß was das heißt! Da ist jemand wütend! Donkey Kong! Ja genau! Diddy Kong! Mit ner Nintendo Kappe! So einfach geht das! was ein Auftritt! Ähm! 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 Ach! Ich nehm dir die! Zuerst! Kann ja nicht schaden! Schon wieder klein! Ätzend! Oh ja! Die Tonnen! Geile Geschichte! Oh ne Herzcontainer! Ich brauch schon noch keinen! Aber... Guck! Der war cool! Hä? Die geht's doch... Da geht's doch sicher runter! Oh Gott! Wie hab ich früher Donkey Kong gesuchtet! Ich will wieder hoch! Ich will wieder hoch! Oh ja! Das zettelt ihr nämlich mit! Oh ja! Hui! Hui! Boah! Da kommt doch altes Donkey Kong-Feeling wieder hoch! Ey! Ganz ehrlich! Mit den ganzen Bombenkisten! Krass! Schnapp mich doch! Haha! Nun, ob man das auch mal let's playen könnte! Donkey Kong Land! Aber das muss ich definitiv emulieren! Nee! Ja! Ja! Waaah! Ja! Die wird sie verdankt! Eine gute! Ja! 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 Ah, das geht schon gut. Ah, ne Statue. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, nur beschwanz zuhauen. Was ist da oben? Ach, da oben ist ne Tür. La, 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 la. So. Das viel lebt noch. Brauche ich aber nicht, hab hier alles. Oh ja, das ist gar nicht so verkehrt, dass da unten Hohlraum ist. Ha, ha, ha. Das macht doch Spaß. Geht kaputt, ja. Wir auch. Hammerwerfende Säcke hier. Hier mich auch, ey. Ganz ehrlich. Ha, ha, ha. Hui. Oh, ich bin durch. Zumindest durch die Ebene. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.